Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder der Michael. Zum Selbstsicher Morning, zum ersten Selbstsicher Morning der Woche, in der zweiten Woche. Ja, heute habe ich ein Thema. Ihr wisst ja, dass ich den Selbstsicher Kongress veranstalte. Ich hoffe, ihr seid auch schon angemeldet. Und da hat mich bei den Interviews ein Mann besonders fasziniert. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Vielleicht, ich rede von Maxim Mankiewicz. Maxim ist relativ jung und, also im Vergleich zu mir zumindest, aber er hat mich vor allem fasziniert, nicht nur, weil er ein unheimliches Wissen hat. Er leitet zum Beispiel die Facebook-Seite Die Köpfe der Genies mit 320.000 Fans. Also eine unheimlich erfolgreiche Seite, weil er sich sehr mit Wissen beschäftigt, sehr mit Genies beschäftigt, Leonardo da Vinci, Mozart und so weiter. Aber er weiß nicht nur sehr viel, sondern was mich vor allem bei ihm begeistert hat, ist, dass er so ein unheimlich liebevoller, höflicher, freundlicher, sympathischer, netter Mensch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jemals hier sehen wird oder hören wird, darum geht es mir auch gar nicht. Sondern mir geht es darum, dass ich daraus eine ganze Menge gelernt habe. Denn es ist eine Entscheidung. Und jetzt überleg mal, wie die meisten Menschen im Alltag sich verhalten. Die sind mal mürrisch, die sind mal schlecht drauf, die sind mal schlecht gelaunt, die sind unfreundlich, manche sind permanent unfreundlich, manche benehmen sich immer gegenüber anderen, nicht unbedingt gerade gut etc. Was ist die Folge? Wir regieren meistens entsprechend genauso drauf. Und ich will jetzt nicht mal analysieren, wer war zuerst da, das Huhn oder die Henne? Nein, das Huhn oder das Ei, die Henne oder das Ei. Also sprich, geht es jetzt von dir aus oder geht es vom anderen aus? Oder wer ist quasi schuld? Sondern es geht ganz einfach darum, Es ist deine freie Entscheidung, ob du einfach immer mit Freundlichkeit reagieren wirst. Mit Liebe reagieren wolltest, liebevoll, wertschätzend, mit Respekt reagieren wirst. Und zwar auch dann, wenn andere vielleicht nicht so nett sind. Wenn andere vielleicht mal schlecht drauf sind, mürrisch sind. Mir geht es vielleicht genauso wie den allermeisten Menschen, Menschen, die sowas Negatives ausstrahlen. Egal in welcher Form, mögen wir nicht. Wir mögen lieber Leute, die positiv sind. Die nett und freundlich sind. Trotzdem sind wir selber nicht immer zu 100% nett und freundlich. Oder positiv. Strahlen positive Dinge aus. Aber warum nicht? Eigentlich ist es nur eine Entscheidung und die dann umsetzen. Punkt. Ganz simpel. Was kannst du da also tun? Und warum solltest du es tun? Na ja, ganz einfach. Also, wenn du für dich entscheidest, ab sofort nur noch liebevoll mit Menschen umzugehen. Freundlich mit Menschen umzugehen. Das Erste, was passieren wird, ist, dass manche, die dich kennen, sagen, hey, was ist mit dir los? Also, die werden erstmal einartig reagieren. Vielleicht nicht gerade mit dem Wortlaut, den ich jetzt gerade gesagt habe. Aber es kann schon durchaus sein, dass bei manchen etwas komisch ankommt, dass sie also, naja, wie soll ich sagen, dass sie sich wundern, dass sie fragen, ob du irgendwas nimmst oder ob das vielleicht gespielt ist oder sonst irgendwas. Hey, und selbst wenn es gespielt ist, entscheidend ist, dass du es tust, denn was dann passiert ist, also auf der positiven Seite jetzt, dass du dich selbst besser fühlst, dass du positive Menschen anziehst, dass du auch von anderen positive Laune anziehst und dass du vielleicht auch den einen oder anderen, der selbst sehr negativ ist, plötzlich ein Lächeln aufs Gesicht zauberst oder vielleicht ihn auch vergraust. Dass er sagt, nee, das ist mir viel zu positiv aus diesem Dunstkreis, von dieser so freundlichen Person halte ich mich in Zukunft fern. Dann kannst du froh sein. Und die, die am Anfang fragen, was hast du denn heute gefrühstückt oder was ist denn mit dir passiert, die werden nach ein paar Tagen verstummen, weil dann werden sie sich daran gewöhnt haben, dass du dich dafür entschieden hast, in Zukunft liebevoll mit den Menschen umgehen. Und überleg dir das mal, was das für dich bedeuten würde, wenn du plötzlich mit allen Menschen freundlich bist. Und es ist vollkommen egal, ob es am Anfang vielleicht gespielt wirkt oder nicht. Oder vielleicht auch gespielt ist, weil du nur gesagt hast, okay, ich will das jetzt, aber nicht unbedingt denkst, dass du das schon wirklich aus dem Herzen heraus kannst oder machst. Das ist am Anfang egal, das kommt mit der Zeit. Denn selbst ein gespieltes Lächeln ist freundlicher als eine echte Unfreundlichkeit. Also von daher, probier es mal aus, entscheide dich einfach mal diese Woche, wir haben heute Montag, entscheide dich mal von heute Montag bis inklusive Sonntag, sei mal zu jedem Menschen liebevoll und freundlich. Das heißt, vom Tonfall her, vom Lächeln, schau die Leute an, schau ihnen in die Augen, sag nette Dinge, mach Komplimente, bedanke dich auch für Selbstverständlichkeiten und Kleinigkeiten. Egal wo du bist, ob du in den Bus einsteigst, sag guten Morgen zum Busfahrer, egal ob der reagiert oder nicht. Ob du in den Supermarkt gehst, und ich meine, in Deutschland sind die meisten im Supermarkt, die meisten Kassenkräfte extrem unfreundlich. Das ist eine Herausforderung. Sei einfach mal freundlich und schau, was passiert. Ob du, ich hoffe zwar, niemand von den Zuschauern ist Kassenkraft, aber ja, es ist leider tatsächlich so. Die meisten sind eher so routinemäßig unfreundlich, weil sie so unter Druck gesetzt werden etc. Ah, da gibt es viele Gründe dafür. Also sei einfach mal zu jedem freundlich, zu deinen Kollegen, zu deinen Lebensgefährten, zu wen auch immer, sei einfach mal nur noch freundlich. Und du wirst sehen, es wird in dir was verändern. Am Anfang mag es auch Überwindung kosten, das ist normal. Das ist eine Sache, wo man ein bisschen Mut dazu braucht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber probier es aus. Ich wünsche mir, dass wenn wir, die jetzt hier dieses Video sehen, das wird ja, jetzt gerade sind zwei live, aber ein paar werden das in der Zukunft noch sehen. Wenn wir anfangen, und vielleicht noch ein paar andere, und wenn wir dann Leute anstecken, dass es vielleicht insgesamt eine freundlichere Welt wird. Und allein das ist es wert, aber es ist auch das wert, was du ein Lächeln zurückbekommst von anderen. Hab einen wunderschönen Tag. Dein Michael Dein Michael